Teil 18 von Komische Lyrik Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Lärmschutz von Christian Morgenstern Palmström liebt sich in Geräusch zu wickeln, teils zur Abwehr wieder fremde Lärme, teils um sich vor drittem Ohr zu schirmen. Und so lässt er sich um seine Zimmer Wasserröhren legen, welche brausen, und ergeht sich so behütet oft in stundenlangen Monologen, stundenlangen Monologen, gleich dem Redner von Athen, der in die Brandung brüllte, gleich dem Osternest am Strand des Meeres. Ende von Lärmschutz Aufgenommen von Bettine